Jo Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich reagiere heute wieder auf den neuen Fortnite-Shop. Außerdem löse ich noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf. Ich verschenke aktuell jeden Tag 1000 V-Bucks an meinen Abonnenten. Und der Glückliche von gestern ist der liebe FlexTry. Er hat die 1000 V-Bucks von gestern gewonnen. Also falls ihr die 1000 V-Bucks von heute bekommen wollt, müsst ihr einfach nur ein Abo da lassen. Also kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken. Dem Video hier einen Daumen nach oben geben und ein Hashtag Tag 4 unten in die Kommentare schreiben. Noch 6 Tage mache ich das Ganze, also bis zu Tag 10. Habt ihr hier die Chance, jeden Tag 1000 V-Bucks zu gewinnen? Also falls ihr ein paar V-Bucks braucht, einfach nur abonnieren, Daumen nach oben geben und ein Hashtag Tag 4 heute in die Kommentare schreiben. Und dann schauen wir jetzt mal, was heute so Neues in den Fortnite-Shop reinkommt. Ich hoffe, dass wir heute mal wieder einen neuen Skin bekommen, denn es waren jetzt schon einige Tage keine neuen Skins mehr drin. Schon eine ziemlich lange Zeit und das, obwohl Fortnite ja einige noch nicht veröffentlichte Skins hat. Also lassen wir uns mal überraschen. Let's go. Was? Hä? Fußballskins? Warum Fortnite? Warum die Fußballskins? Und keine neuen Skins? Schade ey, wie viele Tage wir jetzt keine neuen Skins mehr drin hatten? Verrückt. Okay, dafür heute auf jeden Fall die Fußballskins, sogar alle Fußball-Items, sogar die Emotes, die Fußball-Emotes sind wieder da. Wir fangen direkt mal mit den Skins an. Das sind nämlich insgesamt acht Stück. Vier männliche, die zeige ich euch direkt mal. Hier unten noch vier weibliche. Übelsten Schwitzer-Skins. Also, wenn man Fußballskins in dem Game sieht, dann weiß man direkt, oh, das ist ein Tryhard. Man kann die ja noch customizen. Also man kann für jeden der Skins hier 16 verschiedene Teams auswählen. Und das ist halt richtig nice, dass man hier so viele verschiedene Skins quasi durch den Kauf von einem bekommt. Man kann sogar die Rückennummern und Hosennummer hier ändern. Hier kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich da wenigstens einen der Fußballskins zu holen. Würde ich auf jeden Fall machen. Falls ihr da noch keinen habt, schlagt heute unbedingt zu. Und gerne natürlich mit dem Creator-Code Snoxy, wenn ihr mich hier supporten wollt. Und ich weiß, es gibt sehr, sehr viele. Also, falls ihr mich da unterstützen wollt, wäre mir eine große Ehre, falls ihr dort Snoxy eintragt, wie mein Kanal mit einem kleinen I am Ende dran. Also Snoxy. Vielen Dank an all meine lieben Supporter. Grüße gehen raus an euch. Im nächsten Start haben wir dann die Elite-Typen drin. Einer der hässlichsten Hacken meiner Meinung nach. Habe ich mir zwar gekauft, aber so gut wie nie verwendet. Die Vuvuzela ist ein bisschen besser in meinen Augen. Und dann noch die Torgefahr. Ich weiß nicht, habe ich selten gespielt. Vielleicht für Fußballfans was, obwohl ich selber Fußballfan bin, spiele ich das aber relativ selten. Die Skins, wie gesagt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir erstmal das Vizemodel 1 drin. Ja, schaut nicht ganz schick aus. Was ich dafür relativ häufig sogar spiele, ist das Wassereis, weil es auch so coole Effekte hat. Diese Dampfeffekte hier. Hier ist auch noch der Sound dazu. Ja, für den Preis richtig geile Hacke. Dann haben wir noch den Munitionsmajor drin. Oder Major. Auch der ist richtig geil. Für den Preis kann man da absolut nichts falsch machen mit. Arctic Assassinen. Ja, würde ich eher nicht so empfehlen. Ist schon relativ alt. Dann noch als letztes die beiden Fußball-Emotes. Erstmal Balltricks. Ja, sehr, sehr coole Emote. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die rote Karte würde ich eher nicht so empfehlen. Vielleicht, wenn man sie halt so situationsbedingt nutzt. Also, keine Ahnung, wenn euch jemand aus einem Team was klaut und ihm dann die rote Karte zeigen wollt. Vielleicht ist es dafür ganz lustig. Und 200 V-Backs gehen dafür noch klar. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fondenshop. Auf die Endcard bende ich euch hier nochmal ein Video von gestern ein. Also, hier mal draufklicken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich habe nämlich neue Proceedings verwendet. Tfio wäre auf jeden Fall stolz auf mich. Also, einfach mal hier draufklicken. Dann würde ich sagen, hören wir uns dort.